Jetzt kommt der Wind, spürst du, jetzt kommt der Wind. Die Tür kommt, oder? Nein, es ist tipptopp so. So, dann kannst du vorne hinstehen und die Hände hochheben. Tipptopp. Jetzt beide Arme hier unten durch. Das kommt dann nachher hoch. Sonst macht dir das allenfalls weh. Super. Und wo kann ich mich nachher durchdrücken? Hier unten, genau, links und rechts. Du wärst so weit bereit. Ich kann geschlagen. Gut. Drei. Zwei. Eins. Los. Und laufen. Baby, laufen. Merci Michael. Super gemacht. Jetzt ist es perfekt. Ja, wir können. Alright Perfekter Star Wind ist relativ stark aber wir hoffen jetzt, dass wir da bin ich auch noch böse Links So tief ist das gut dann geht das tendenziell Schau mal das Panorama an Sensationell Jetzt hat es etwas schön hochgenommen Hast du das Gefühl? Fühlst du gut? Ja Zum Glück sind wir hochgegangen Ich fahre aus Wilhelm und wenn ich wirklich nicht sicher war vom Wind Ich bin jetzt etwas deutlich wieder verbessert Der Wind ist zwar immer noch schmuck aber es ist immer noch gar nicht so schlimm Das ist nicht so schlimm das geht Das ist nicht so schlimm das ist nicht so schlimm dass wir das ganze Auto sind hier in der Wind in der Wind Hecht in der Wind in der Wind in der Wind hier sind wir jetzt hier ein bisschen und jetzt haben wir jetzt einen Rufel gewünscht links ist das da komplett noch was? oh ja, ich sehe schon mal den einer kommen mit dem anderen, der nicht durch die Der Wind hat jetzt ziemlich knapp gestellt, jetzt muss ich laufen Ich möchte natürlich immer noch, es geht nach oben aber wir müssen jetzt im Zweifelsfall etwas rausbleiben und dort draussen her noch finden und dann ist ich selber entweder Platz oder so glücklich und dann gibt es einen kleinen Kürzer, ich glaube so gut, es ist zu schwach ich gehe mal dort drüben hin zu gehen und dann kann ich auch noch helfen Jetzt kommen wir hier gerade über die Häusern herunterbleiben die heizt sich auch drüben auf und für mich ist es da mit der Trottung das ist eine neue Kampagne-Para in Kolander das ist eine neue Kampagne-Para in Kolander die Uhr ist aber unverschwack, ich kann mal raus wir gehen, wir müssen locker auf uns es könnte alles verhören ich kenne es wichtig, dass wir im Leben nie aufgeben aber wir sind auch schon einige Minuten wir flogen wenigstens und dann noch einmal umkommen ja, das sieht leider auch nicht so aus ja, das ist eine riesige Stimme es ist zu spät es ist zu spät das ist die letzte Chance bei der Barrio ja, das ist jetzt zu spät wir können die Klappe konsentrieren wir kommen am Anfang relativ zügig auf der Boote los aber jetzt wird es immer noch ein bisschen da ist ein neues Monat und da tust du bei und vorbeigst und noch ein paar Meter laufen, wenn es geht ja, so ist auch gut ja, ja, Tipp dann hey, Desirate geht mir fein sauberer Start, sauberer Lange